Musik U-Werk 1 zu 1 Das ist zum einen der reine Werkstattdienst und zum zweiten Komplettrestaurierung, die wir wieder unterteilen können in Einzelteile und Baugruppen beispielsweise. Meine Mannschaft und ich, wir haben eine enorme Freude daran, solche Teile zu überarbeiten, wie ein Axträger oder ein Tank. U-Werk 1 zu 1 steht für Urneuzustand, bei Werksauslieferung Modellbau im Maßstab 1 zu 1. Sie haben das unbestimmte Gefühl, dass in Ihrer Organisation noch Potenziale schlummern, dass Ihre Mitarbeiter noch mehr könnten, als Sie eigentlich tatsächlich zulassen. Dieser Fragestellung begegne ich häufig als Unternehmensentwickler. Meine Mission Impossible dabei ist es, Ihre Unternehmenssysteme und Ihre Menschen zusammenzubringen, damit Sie effizienter arbeiten, damit Sie erfolgreicher sind und am Ende eine glückliche Belegschaft haben. Fordern Sie mich raus und lassen Sie uns gemeinsam schauen, wie wir Ihr Unternehmen erfolgreicher machen können. Um mit einem PKW sicher und gesetzeskonform sein Ziel erreichen zu können, ist es Vorschrift, einen Führerschein zu haben. Diesen Vergleich ziehen die Betreiber des Fitnessparks Wolfsanger heran, um die Notwendigkeit ihres Fitnessführerscheins herauszustellen. Beim Führerschein sind es die Verkehrsregeln und im Fitnesstraining sind es die Fitnessregeln, die Fitnessprinzipien. Nicht mehr als fünf Praxis- und drei Theoriestunden braucht es, um den Fitnessführerschein im Fitnesspark Wolfsanger zu erwerben und sein regelmäßiges Training mit neuem Bewusstsein zielgerichtet fortzusetzen. Mit einem 30-Sekunden-Videotrailer erkennen Besucher Ihrer Website bereits in den ersten Sekunden, dass Sie bei Ihnen genau das finden, wonach Sie gesucht haben. Nutzen Sie die Gelegenheit für eine kostenlose Erstberatung und reservieren Sie Ihren Termin. Nutzen Sie die Gelegenheit für eine Diskussion- wandeln zu machen.